Untertitelung des ZDF, 2020 Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Bischofs nicht? Nein, ich bin in Wilmtag Werder. Wäschige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zobun gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Allerhört! karş